Sukha-Yoga-Mudrasana, die einfache Yoga-Mudra-Stellung, ist der Sammelname für einige Variationen von Yoga-Mudrasana, die einfacher sind als die Grundstellung. Kindra wird zwei davon vormachen. Die eine geht aus dem Schneidersitz heraus, Sukhasana. Du machst also den Schneidersitz, indem du beide Füße unter die Knie gibst und dann faltest du die Hände hinter dem Gesäß und beugst dich nach vorne. Du kannst dabei entweder die gefalteten Hände hinter dem Rücken lassen oder auch die Arme etwas heben, so weit wie du kannst. Das ist also die einfache Yoga-Mudrasana. Zum einen hilft dir das, die Hüftflexibilität zu entwickeln, was auch für die Lotus-Flexibilität langfristig gut ist. Zum anderen hast du hier auch eine gute Massage für die tiefen Bauchorgane und du verneigst dich zur Mutter Erde. Eine zweite Variation von Sukha-Yoga-Mudrasana geschieht aus dem Fersensitz und ist geeignet für Menschen, die in keiner kreuzbeinigen Stellung sich nach vorne beugen können, ohne dabei Knieprobleme oder Hüftkreuzbein-Gelenksprobleme zu bekommen. So setzt du dich einfach auf die Fersen, du machst Fäuste mit den Händen, gibst die Fäuste zwischen Bauch und Oberschenkel und verneigst dich dann nach vorne. Durch die Fäuste entsteht hier auch ein sanfter Druck auf die Bauchorgane. Es ist eine Stellung des Verneigens und auch eine Stellung, welche die Wirbelsäule die Sushumna öffnet. Alle Variationen